Da oben bist du auf der Straße? Ich lauf auch zu euch jetzt Gar nicht so scheiße wie... Ah, hier bist du, ok Oh! Das da ist unsere Base mit einem Lichthauer da in der Mitte Was, das ist schon die Base? Die hab ich die ganze Zeit angeguckt? Oh mein Gott Ja cool, ich guck auf die Mitte, ja Ich hoffe jetzt, warte mal, ob du in der Gruppe bist, nicht, dass die Anlagen schießen Hast du schon akzeptiert? Ne, du bist noch nicht in der Gruppe T musst du drücken Und dann auch Refresh bei Infra Das ist schon die Base? Die hab ich die ganze Zeit angeguckt, ja Mein Gott Ja cool, ich guck auf die Mitte Muss mal schauen Also ich bin jetzt auch bei euch Keine Angst Keine Angst Ich komme Bin da Hallo Bist aus wie ein Mann? Äh, ja Also wie in Rust gibt's noch keine Frauen Ja Du kannst noch mit dem Messer und so Hast du ein Messer, kannst du unten in der Leiste glaubt das Ding hier Ich hab keins Was auch da was Im Inventar Kannst du z.B. Holz farmen Und bei L kannst du alles verschieden skillen Also du kriegst für Farmen Gatering XP Gathering Oder so Survival XP Und für Crafting auch noch was Dann kannst du deine Skillpunkte halt dann verteilen Und da kriegst dann halt mehr Holz an Bäumen oder so oder irgendwas So, dann gehen wir mal Ich hoffe jetzt nicht, dass die Anlagen schießen Leute, ich bin gerade gestorben hier am Haus Hast du gestorben? Ja, du hast eine Map bekommen Weil unser Radar Tower macht das Ah, okay Da hatte ich aber immer übelst ein Standbild, als die Map kam Okay Kennen Sie, greifen wir hier nicht an die Dinos? Ja, aber du kannst mich schief drehen und das macht ziemlich langsam Oh, Standbild Hab's gelesen, Theo? Ja, was war das? Der den Haus dabei, Schreibtisch, Holz, Steine, bring alles rein Der ist getötet Nee, der ist hier gerade gestorben So eine Linie Wow, wow, wow Das ist die Selbstschussanlage, ja Oh, da musst du vielleicht nochmal re-loggen, wenn's auf dich schießt Echt? Ah, scheiße Ja, da musst du nochmal ein- und ausloggen, weil dann hat sich die Selbstschussanlage noch nicht akzeptiert Ach, scheiße Oh, 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 ich spawne wieder bei der Selbstschüsse Ja, jeder, wo was wertvolles ist, hat lautes Anlagen Ja, jeder, wo was wertvolles ist, hat lautes Anlagen Ja, jeder, wo was wertvolles ist, hat lautes Anlagen Ja, jeder, wo was wertvolles ist, hat lautes Anlagen Was also, wie waren vorwärts? Ach, du mal irgendwie gut Minus 9 N55 Du kannst dich auch orientieren, wenn du um riesengroßen Cä siehst Und diese großen Saurier da sind meine gekotteten Radar-Tower Habt ihr ein Bett für uns? Ähm, weiß nicht, ich hab Aber hab mal schnell geformt dann Der Charakter läuft gerade ohne das Dann bist du irgendwo auf dem Felsen abgerutscht, da rutscht er bis runter Der rutscht aber nach oben Jaja, dann rutscht er über dem Felsen, bis du irgendwann unten bist So, ich bin bei E7N76, muss ich doch in der Nähe sein? Ja Ja, ich seh's, ich seh's Ist die Web so mini, oder spawnt man immer in der Nähe? Nee, nee, man spawst random Nee, du spawst immer in der Nähe, wo du gestorben bist Ah, das ist gut Aber wenn wir hier Betten aufstellen in der Base, dann spawnen wir bei unserem Bett Und du hast auch keinen cooldown, also instant immer dann Wenn ich jetzt re-logge, dann werde ich dort spawnen, wo ich auch Ausgeloggt Genau Ja Wenn ich jetzt K drücke, habe ich nur eine Maus Genau Game Options Das ist zum rausgehen einfach nur Mit V ist der In-Game Voice Oh, am Anfang Ja Äh, kannst du mit Leertaste überstehen Ja Noch mal spammen Oh, geil, die Grashütte ist nice Oh, geil, die Grashütte ist nice Du Ja, bei uns, aber das sind wir Du, ich und Stefan Achso Und gleich sind es vier Vier, schreibt er jetzt Das mögen wir Ja, es ist krass Denk mal auf Denk mal auf Jetzt sollten sie nicht mehr schießen, ne Okay Hier sind Türen, die kannst du mit E auch öffnen Oh, der Hostino trampelt über unsere Base Ja, ja, das ist auch ein bisschen Bug, aber die kommen nicht rein Okay Ah, was, die kommen nicht rein, der ist schon drin Ja, aber der bleibt irgendwann stehen, weil der Bug ist Okay 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 Ja, ja, den Frost zum Beispiel Was ist das hier für ein Strich, der hier Die Lasermarkierung von den Kanonen Ist noch Buggy dann Ja, und hier hast du zum Beispiel, mit U hast du ein Crafting-Menü Genau Und wenn du an die Tische hier gehst, zum Beispiel CNC-Fräse oder Table, hast du noch mehr Zeug zum Crafting Wenn bei U drückst dann Ja Und hier hast du auch Kreissäge, alles Aber ich kann ja auch mal demonstrieren, haben wir hier irgendwo Holz und so Das ganze Zeug, siehst du neben Tauers, haben wir alles, ja Na, ich muss zur Form Ich hab hier alles in den Ofen reingemacht Ja 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 Mhm Aber ist auch am besten, wenn du das Game auf ganz Low stellst Ich hatte das gestern auch auf High für High-CPU und hatte da irgendwie nur Lags irgendwie Also für den Rechner war es überhaupt kein Problem, aber das hat irgendwie was mit dem Spiel zu tun, weißt du Das ist nicht Das zieht schon 15, 10, 10, 4 Das ist schon nochmal Nicht der so Mhm Er kommt auf Crapie hinaus Die Grafik ändert sich sowieso nicht sich selber Ah, wieso bewege ich mich an der Stelle, auf der Stelle Ich häng irgendwie fest. Hm, ja, süß, krass. Ich muss mal wieder. Wer, wo, wie, was? Ja, ja, ganz der Knallen von Frost. Ich steh auf Balanced. Naja. Ah, ne, official. Und Nachbarn haben wir uns eigentlich recht gut. Das sind auch zwei, äh, Vater und Tochter, glaub. Und ja, die machen uns eigentlich auch nix bis auf die Schussanlage von ihm. Ja, das ist ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du musst direkt immer zuerst ins Inventar schieben und dann in die Leiste, sonst geht's weg. Ach so. Seht ihr nicht? Hier die mittleren Zwei-Zimmer sind wir frei. Oh, cool. Damit du dir ein Bett hinstellen kannst. Die kannst du eben auch ab- und anschalten. Kannst du sich derweil mal mit den Crafting-Stations vertraut machen. Kannst du auch an- und abschalten, die Kanonen und Zeug. So, falls du mal andere reinlässt, die man halten will. Ich gehe jetzt mal kurz eisen farmen, damit du dir ein Bett herstellen kannst. Ja, guck dir erstmal die Crafting-Stations und so an, oder? Ja, man kann ja auch farmen und dann schauen, wie man craftet. Ja, stimmt. Dann brauchen wir aber noch Zeugs. Äh, warte mal für... Du baust aber eine Spitzsack, um an den großen Felsen zu bauen. Ja, also eine Axt reicht ja auch erstmal, oder? Ja, die Axt kannst du nur an den Stein oder Holz farmen. Ja. Hey, wo ist jetzt meine Axt hin? Ich werde doch gerade noch eine. Äh, warte mal noch kein einziges sein. Hier ist eine Axt im Pool drin. Wo? Äh, bei mir hier da, ja, was steht. Da ist eine Axt drin, ja. Aber erst ins Inventar und dann in die Leiste ziehen. Ich habe es direkt in die Leiste ziehen. Dann hast du jetzt drin und kann sein, dass irgendwann im Feld wieder im Tisch drin landet. Ich habe es jetzt im Inventar nach... Okay. Dampfass, ja. Gut, ich mache mir schnell noch eine Axt. Braucht ja nur Stein und Holz. Axt sieht man sogar. Ja, ja. Du kannst auch mit Crew, äh, wenn du keine Waffe in der Hand hast, äh, rausjoinen. Also dass, äh, dein Bar siehst. So. Kann ich mit der Pickaxe auch Holz hacken? Bäume? Ja, das kannst du auch mit Axt halt einfach nicht, äh, ich sag mal. Ja. Ja, auf Stein holen. Dann komm, gebe ich euch noch hier Armbrust und Pfeile mit. Falls einer kommt. Brauchen wir keine Klamotten oder gibt's noch keine? Äh, das Klamotten kostet, äh, sehr teuer. Das ist ein Vogel. Ist der da drauf gelandet oder ist der da immer? Nee, die sind von diesen kleinen Häusern gekommen, die in die Baust sind. Die fliegen richtig durch die Gegend und landen uns. Ja, die gehören zu uns eigentlich, unsere Vögel. Ist ja geil. Ja. Hat ein bisschen an, äh. Ist so ein Röschen? Das ist immer sehr cool. Na, ich find's auch ziemlich cool. Also hat Myron ne Armbrust? Äh, ne, wir haben eine, aber... Eine? Okay. Ne, dann passt's ja. Denk ich brauche, weil ich hab ja... Ja, die... Gut. Ja, Kampfsystem ist ein bisschen schwer auf Spieler zu töten. Keine Ahnung, warum ist es ein bisschen... Strob. Dann los! Strob? Äh... Schräg, komisch. Okay. Was denn... Dieses Ding so komisch in der Hand, das sieht so affig aus. Ja. Ja. Ja, Axt ist die genau im Bildschirm in der Mitte. Ich weiß auch nicht, warum alles andere ist eigentlich besser. Gott. So, wir gehen mal dahinter. Und du siehst auch, äh, neben den Koordinaten, wenn Steine oder Öl oder so jetzt in der Nähe ist. Ah, ja. Aber ich seh zum Beispiel keine Mini-Maps jetzt. Ah, ja. Ich seh ne Mini-Maps. Ja, das ist ein bisschen Parky, der muss überhaupt mal ein bisschen weg, bis sie verschwindet und wieder ran und... Keine Ahnung. Ne, ich hab von Anfang an keine gesehen. Ne, hab ich jetzt auch keine gesehen. Okay. Ich mach mal eben Parky. Okay. Ist das ein... Aurier da hin? Was, oder? Ja, da sind diese Aurier. Ja, Triceratops. Oh. Schade. Der bewegt sich gar nicht. Äh, gehst mal nachher und haust ihn mal. Der bewegt sich wirklich nicht. Ja. Ist tot. Klar. Ja. Damit was anfangen will. Vielleicht schläft er auch noch. Ist er weg. Ach, ja. Ich hab draufgehauen, dass es da bin. Die Tieren kommen zu uns. Wer? Ach. Nee, nee, nee. Die haben uns noch nicht entdeckt, hoffe ich. Lass mal an denen vorbei ist, Nick. Lass' mir mal. Hm? Ja, und es gibt natürlich noch so ganz, ganz kleine Saurier. Die sind fies, weil du siehst sie erst nicht. Du hörst sie nur im Gras rumrascheln. Und dann haben sie dich schon halb getötet, bevor du erst mal checkst, wo der überhaupt ist. Jetzt ist meine Winnie beim irgendwie... Ja, weil wir zu weit wechseln. Der Rad ist irgendwie komisch. Wenn du jetzt hier drauf haust, auf dem Baum... Ja. Ja, links davon müsst ihr aufpassen, eher ein bisschen mehr rechts. Kann man nicht näher an den Baum ran? Du kannst. Ja, aber du kannst draufhauen. Das Holz bleibt auf dem Grunde? Genau. Ja, und dann musst du mit dir aufsammeln. Du kannst nur drei Stücke am Anfang, bis du geskillt hast, dass du mehr aufnehmen kannst. Aber wir müssen uns halt überlegen, ob wir lieber Holz oder lieber Iron. Also einer von uns sollte Holz leeren und der andere Eisen. Ja. Weil man kann nicht alles skillen. Ich hab... Ich hab fünf schon. Du hast die von Steffi mit aufgehoben. Das ist kein Problem. Ich dachte, man kann nur drei... Ja, ja, man kann nur drei abschlagen. Ja, ja, man kann nur drei abschlagen. Aber aufheben kannst du natürlich alle, die da liegen. So, aber ich kann ja... Wir können euch zum Beispiel boosten auch. Achtung! Wenn du in die Richtung weiter rennst, haben wir beschossen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich... Oh! Ups, scheiße. Das klingt... Ne? Da vorne ist es egal. Warum hab ich so wenig FPS? 20 FPS? Wie viel ist das? Äh, 17 gerade. Aber es läuft ja flüssig, also mach dir keinen Kopf. Ich hatte nur Angst, dass... Warte mal. Es liegt nicht an dir im Europas. Vielleicht 22. Warte kurz. Dann nehmen. So, muss richtig sneaken? Hmm, ja, ja. Ich könnte das C-G drücken... Was? Und... Ja, mit X und C. Also X und X. Er kommt! Er kommt dann! Komm, ich helf dir. Ich bin fast tot! Ups, ich hab dich erwischt. Sorry. Ich bin auch tot. Schauen die gerade auf uns in den Falcon rum? Lassen wir uns Ja, so einfach ist es schon mal Oh! Schock, Alter Ja, wenn du einen hast, kannst du die Kanonen spawnen So, diesmal bin ich aber ziemlich weit weg gespawnen Ja? Aber ich glaube, ich laufe direkt Wo bist du? Bei E 4 5 Bei Null Ok Ja, das geht Sonst einfach aufm Berg hoch und schauen, wo der Riesensee ist Dann findest du immer Wie war nochmal die Koordinaten? E minus 9 N 53 Also habt ihr jetzt keine Spitzhacke Nix mehr auf Ja, ich weiß, wo wir waren Ich such sie wieder E E E E E E minus 9 N 53 Nix mehr Ah, das gelbe ist Energie, genau Rote ist Leben und Grün ist Essen Also Hunger Aber du stirbst jetzt nicht, wenn du keinen Hunger hast, zum Beispiel Also kein Essen Sondern deine Energie lädt sich einfach langsam auf Sondern deine Energie lädt sich einfach langsam auf Ich bin an der Base Ah ok Ja Ja Ich schau mal, ob ich unser Zeug wieder finde Sehr groß Die Map ist sehr groß, also größer als Rust Vielleicht Vielleicht nicht unbedingt größer als das neue Rust Das weiß ich jetzt nicht Ja gut, das vielleicht nicht, ja Aber zum Beispiel gibt's einen See, wo lauter T-Rexe sind Die muss auch farmen Irgendwann für speziellere Kleider und so Ob ich da jetzt wieder hinfinde, wo wir waren? Wo wir gestorben sind? Ja, du bist bei uns in der Base Jaja, bin ich doch, aber ich bin schon wieder rausgelaufen und so Ich weiß, wo es war Ja, ich dachte, ich weiß es auch Ihr habt auch Holzplanken und Steine, ne Ihr könnt auch Ägste herstellen Ja Ja Ich bin mal gespannt, ob es wieder Ja Wir können Wir können euch auch x xp boosten, weil das ihr schneller craftet Weil die xp kriegst du durchs Auflesen Das heißt, wenn die rack und die Aufles kriegt jetzt die xp Sehe jemanden laufen Ja, genau Ja, genau Läuft hier hinterher Gibt's mich? Ja Ah ja, genau Müssten da irgendwo weiße Taschen liegen Müssten da irgendwo weiße Taschen liegen Da hinten Feuer brennt, wohnt da welche? Oder brennt das unter Da können Ureinwohner sein Also so Zombie-Ureinwohner Die rennen Die rennen Einfach voll wegrennen Und rein in die Schüsse Oh f*** Oh f*** Oh f*** Direkt in die Schüsse im Lager gelaufen Ah, da seid ihr gewesen Na okay Aber im Sekt, ich seh schon mal Gut Ja, und was leider scheiße ist Das Tag-Nacht-Schluss Nichts global ist Sondern halt von einem selber abhängig Ich spawn immer in Ah, das ist leider Mist Ja, wir müssen dir schnell ein Bett herstellen Ja, wir müssen dir schnell ein Bett herstellen Ja, ich finde ja den Weg jedes Mal Ich bin ja... Haha Und diese Mini, die muss... So, also eine Armbrust habe ich Und Spitzacke gelootet Ja, ich hatte so eine Achsenzacke Ja Ja, die linke Base Das gehört auch uns da mit dem Light Tower Wo ihr wart Die kleine, ja So ein Boot War ja dieser... Ne Da nicht Aber direkt links Hat so ein Licht Tower Da Die ist so eine kleine Bude Okay Cool Da kann man auch Dinos jagen Oder wenn du zum Beispiel auf eine Foundation oder so springst Die Zombies und so kommen nicht an dich ran dann Ah, diese kleine Hütte wolltet ihr mitmachen? Was? Ne, die große gegenüber von uns mit den Fenstern So Die haben auch für uns beansprucht Okay Der andere Rucksack ist verschwunden Okay War ja nur eine Axt dran und ein bisschen Holz Ja, ich habe Armbrust, aber ohne Pfeile und eine Spitzacke Und die Dunkelfelswände, also die wir so krass rausstechen Zum Beispiel jetzt da auf Erwart links Da kann man auch Erze abfarmen, aber nur mit Spitzhack Macht man Pickaxe aus Stein? Ne, aus Alben Okay Dann mach ich mir erstmal ne Axt Dann mach ich mir erstmal ne Axt Hast du auch schon mal gespielt, oder? Nein Nicht? Okay War hätte ich Weil Der gute Monster Hm Ne, weil, ähm Das Aufbrechsystem so ist auch gleich hier Logpicks, wenn du die Trich machst und so hast du auch so ein geiles ja wo du rechts links und so musst steuern bis er abbricht aber die Lockpicks haben extrem wenig Leben wenig? ja die brauchen noch zwei Versuchen also diese da ist noch so ein Turm drauf aber diese da drum herum halten dich nicht davon haben runterzuspielen ja sie halten dich nicht aber du stirbst doch nicht kein Fallschaden? doch doch aber auch so wenig aus Sicht ist cool hm das ist ja ja sie wird jetzt noch was einziges wir jetzt nicht haben sind so Holz und Metall Türme zum Snipern oder so das ist das größte was man an Fläche bebauen kann die Base hier oder? du kannst viel größer du musst halt einfach Claim Flex aufstellen in Abständen genau und je mehr du aufstellst das sind die mit den Fahnen so diese langen da kriegst du eine Fahne, eine Kiste und eine Foundation Stelle und dann hast du einen Radius um die rum bauen kannst und du kannst halt nur in Unclaimed Air also wo noch keiner geclaimed hat bauen und die verschwinden glaube ich nach 3-4 Stunden dann kannst du zum Beispiel eine Base übernehmen da ist ein runterlaufender Schuss ja ja da spring ich immer und Removen kannst du auch Zeug wo aber nur das Zeug wo du gebaut hast dafür musst du auch wie sagt man Holz farmen ein Stück Holz und Remove Tool herstellen und dann brenscht das eigentlich nieder mit nem Feuer so ach so in welcher Base ich bin an der Base ne an der kleinen wo ihr vorher gestorben seid ach ist da ein bestimmter Radius jemand mit dem Aktiv oder kannst du so viel von den Selbstschussanlagen oder die kann ich auch im ganzen Wald platzieren überall also könnte sein das ganze Spiel für dich beherrschen wenn du überall in der ganzen Map verteilst aber du kannst aber du merkst ganz gut die bewegen sich die Selbstschussanlage du hörst so ein Geräusch wenn du so nah bist und wenn du dann und wenn du dann zum Beispiel mit schief trennst einfach im Zickzack treffen sie dich auch nicht immer ok äh wie grad können 360 grad ja das ist sehr schön ja sehr schön das heißt mir keine Wand im BX deine Antwort war rund rundherum ja ich würde gerne irgendwas machen können ja du kannst auch mit dem Messer mit dem Hunting Knife mit dem Hunting Knife ja mit dem Hunting Knife ja ich bin grad im Farmen dafür ah ok mit der Spielsacke kannst du eben auch an dem Felsen Erze erbauen und so ah ich komm halt dann in die kleine Base hinter und dann mach ich auch mal einen Kaffee ah jetzt bin ich auch tot oh nein hast du mal versucht die Base zu raiden? nö nö das Problem ist unser Nachbar hier hat auch etwa 13 Schussanlagen und alles was zwischen seiner und unserer Base kommt der hat niedergemetzelt also es ist recht schwer so jetzt war er auch down jetzt haben wir natürlich keine Spitzsack kein Erz mehr wo bist du gestorben? äh da wo ihr vorhin gestorben seid äh aber Exe kann man eigentlich machen hier das haben wir genug's doch jetzt hab ich den Bug dass ich meine Ausdauer nicht mehr regenerate ne du hast keinen Hunger glaubt mehr ja 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 aber der regeneriert sich noch in der Zeit ja auch von selbst wieder oder? ja ja aber längs immer ja und sonst äh kann man Tino Fleisch Würst drin machen und hast du direkt wieder voll hast du direkt wieder voll Tino Würstchen und wie gefällt's dir Mero? find's äh außer die FPS schon ziemlich cool ich find halt das Bausystem find ich halt super ja ich kann ja noch nicht äh das geht ja äh das ist vom Licht beleuchtung du kannst doch Base nur Stein Wände bauen aber ja ja das der Experience find ich gar nicht so scheiße find ich auch nicht das Licht spagt halt ja ja aber bei mir ist es jetzt schon die ganze Zeit dunkler es war nur nicht einmal Tag ich kann es doch schon aussagen gerade am Wirttag Okay. Wo ist denn mein Beutel? Ich hab ausgeschalten. Ja, du bist vom Radar weg. Oder wieder. Keine Ahnung, ich hab die ab und zu da. Ich hab die Radar-Maschine. Ah, okay. So kann man nicht... Ich hab die Radar-Maschine. Nein, nur bis zum Schalter hoch da. Also Mark, wo warst du gestorben? Ich hab schon, ich hab schon. Okay. Ja, jetzt hat die mir ein Hicke gegeben, nicht mehr. Nein! Nein. So, ich geh jetzt zur Base zurück, denn... Eventuell kann ich schon ein Bait machen. Ah ja, ich sehe unsere Base. Bin drin. In der zweiten. Hast du auch mein Zeug wieder eingesammelt, Schatz? Äh, ja. Kommst du jetzt in die kleine Base? In die auch können wir machen. Mäuschen. Also ich bin mal schnell Kaffee machen und die Katzen füttern. ich bin mal ein Bait. In der zweiten Seite... Ich bedeue mich schon mal. Das war der dritte Seite am besten.